Kärntner Kaisnudeln gibt es, Erdäpfelnudeln, dann im Frühling Bärlauchnudeln und Knoblauchnudeln, Spinatnudeln, eine Spinatschaffkäsnudel, Tomatenmozzarella-Nudeln, Siasse Hamada sind die Glätzennudeln. Die Füllung ist eigentlich das Wichtigste für mich. Die muss einen Biss haben, die muss geschmacklich voll abgerundet sein. Da sind frische Kräuter aus dem Garten drin. Unsere Nudeln sind wirklich mit Gefühl und viel Liebe angeschmeckt. Dann gibt es natürlich Spargelnudeln, Fleischnudeln gibt es das ganze Jahr. Dann in der Schwammerlzeit gibt es köstliche Nudeln mit Eierschwammerl drin. Anschließend haben wir Kürbiszeit, da gibt es die gleichen auch mit Kürbis dazu. Und im Vorschein gibt es unsere beliebten Specknudeln. Man ist immer aufs Neue wieder aufgeregt, weil du musst denken, wenn ich heute eine Hochzeit habe, diese Schweinefilet eingepackt in irgendwas, die habe ich schon hunderttausende Mal gemacht. Aber da stehe ich draußen ein Tier auf und rufe ein Tier zu. Eine steche ich und das Fleisch wieder ein und so geht das. Und dann, wenn du anrichtest und drüber schneidest und siehst, das ist schön rosa. Und dann jedes Ding anrichtest, das ist schon schön. Wir kochen relativ einfach, aber das, was wir machen, das hat schon ein Bild. Für das haben wir ein bisschen Auge, dass es da kann sein. Super.